Hallo und willkommen bei Gemini Playstyle. Ich let's play jetzt erstmal Bulletstorm und ich bin mittendran. Denn ich hab mir einfach mal gedacht, let's play ich mal Bulletstorm. Okay. Und Anfang. Man soll ihn ja auch noch verstehen, ne? Äh. Ein bisschen leiser. Passt das schon. Okay. Okay. Bin gerade mitten dabei, die Sniper zu erledigen. Ähm, genau. Ähm, ja, 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 ja. Dann trägt er mir auf. Ähm, ja, 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 ja. Schlaf schön süßer. Okay, we're going back. Was ist das? Wir müssen hier raus. Wie viel haben wir denn? 420? Kommen wir ja. Kaufen wir noch eine Ladung. Und weiter geht's. Dass dann immer diese hässlichen Kinder nerven müssen. Oh, Mone. Oh. Ach ja. Ach ja. Was ist das? Ah. Komm, komm von mir noch einmal. Gut. 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 Das war's für heute. Okay. Ey, ich hab das Ding eigentlich voll getroffen. Egal, dann lösen wir's jetzt auf Zalkart. Das war's für heute. 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 Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute.